Ja, hi Christos. Hi. Heute mal auf Deutsch, uns haben wir im Content-Loch. Salamanders? Ja, ich spiele Salamanders, 2 Patronen. Gegen Chaos-Dämonen. Korn selbst, noch nicht bemalt, ist hier auf dem Feld. Wunderschöne Mini finde ich, aber ich muss ihn auch bemalen, mit Bella-Korn. Soll ich mal eben durch meine Liste? Ja, ich mach mal eben. Wir haben hier einen Battalion-Detachment, Bella-Kor, dann haben wir den Change-Cast, das ist es glaube ich. Ich habe den Bloodthirster geupgradet, dass er nur 8 Wunden verlieren kann, 5 Waffe, No-Pain und er kann sich heilen, also Wall-O-Trade ein Relikt hat er. Nurgling zum Infiltrieren, falls es nötig ist, 2 x 10 Korn-Blattletter, 2 x 10 Slaanesh-Dämonetten, 1 x 4 Bloodcrusher, 1 x 4 Fence, 1 x 3 Sinch-Flammer, 1 x 3 Sinch-Swimmer und 1 Skullcater. Und du hast? Ich habe 2 Patrollen. Ja. Die erste Patrollen hat Wolkan Hearthstone und hat eine Librarian. Wolkan Hearthstone hat in meiner Kommandphase, ich kann machen eine Unit mit Flamer oder Melder, wie Roll-Hitrolls und Roll-Wundrolls. Ja. Er hat eine Strike-5, Minus-1, 1 Schattenflamer, hat eine Spear und hat 2 plus 3 plus 1, 3 plus 1. 3 1? Ja. Das ist der, ja. Und mein Librarian hat keine, ich glaube keine Relikt, keine Wall-O-Trade. Er hat 2 Paus, Drake-Skin, plus 1 Toughness und Feierschild, Minus-1 zu treffen. Ja. Und in Schissphase, Minus-1 zu treffen und Minus-1 zu charge. Mhm. Dann in Trupps habe ich 5 Incursions, äh, 5 Incursions und ja. Und dann in die Elite habe ich 10 Terminatoren mit Sonnehammer Schild. Ja, Sonnehammer Schild und 5, äh, äh, Flame Aggressors. Mhm. Und dann 2 Heavy Support, 2, 3x, äh, Melter. Ja, äh, Radicators. Mhm. Und, äh, Eliminators und so. Äh, auch. Na, das ist in die andere Patrol. Ah, okay. Ja. Die andere Patrol hat, äh, Adrax Agathon, er heißt mein Warlord. Mhm. Äh, hat, äh, das Warlord-Trade ist, ich kann anzahl die Schisse mit Feuerwerfern. Ja. Äh. Und, äh, habe ich einen, äh, Lieutenant. Mhm. Polkite, äh, Schild und, äh, Power Sword, Mastercraft, Power Sword. Ja. Und, äh, hat auch eine Ohre, 6 Zoll Ohre. Ja. In die erste Runde auf Kommand, wenn du chargst, ich habe gechargst oder hier ein King gewinnt, plus 1 zu Wunder. Okay, alles klar. Und, äh, habe 5 Infiltrators. Mhm. Dann 3x, äh, Blade Guard, eine Apothecary mit Selfless Healer. Mhm, of course. Und, äh, 2, 3x, äh, Eliminators. Okay, alles klar. Und ein Speeder. Und, und, eine, äh, Multimelter, äh, äh, ja. Okay. Ja, wir spielen Recover the Relics und kommen gleich mal zurück nach Aufstellung und Auswahl der Sekundärziele. Bis gleich. Jo, hello and welcome auf Deutsch. Ähm, ja, äh, das ist ein Deepstrike bei mir. Ähm, Sekundärziele haben wir gewählt. Reality Rebels. Äh, Race the Banner. Was habe ich noch gewählt? Äh, Psychic Integration. Und du hast genommen Warp Ritual. Warp Ritual. Das Salamander-spezifische. Ja, Prometheon Creed. Yes. Und was noch? Äh, und, äh, Banners. Banners, okay. Ja, gut. Dann gucken wir mal, wer anfängt, ne? Mhm. Mhm. 3. 3. 1. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt anfangen. Okay, dann kommen wir zurück nach, ähm, Dämonen, ähm, Bewegung. Und ich mach mal meine Super Dice. Warp Storm. You jinxed it. The 3. That's what I need. The 3. And, yeah, I will come, äh, wir kommen zurück nach, ähm, Bewegung von, ähm, Dämonen und so weiter und so weiter. Basically, yeah, so the Terminators, and also I can give them strength 5. So, no, because then it goes from, yeah. I have toughness 7 anyway. Toughness 9, so I go back to... Toughness 7. Yeah, tough strength 9, I'll go. Oh, okay, yeah. No, and then I can give it strength of the power mark. With, ähm, 6, so you know that I, like, I can really spike. So, äh, ich hab hier ein Banner gemacht, da ein Banner gemacht, da ein Banner gemacht. Ähm, bin hier advanced mit den beiden großen. Bella Core möchte die Psychic Action machen. Mhm. Ähm. Ähm, ähm, I have to re-roll that. Yeah, 4 times 3. Yeah. Okay, 2 times 3. Ja, dann mach ich noch, ähm, Gaze of Fate. Mhm. Ähm, nope, needs a 7. Okay. 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 Ähm, Psychic Phase. Ähm, that was my turn. Okay. I score a Re-Edit your Revals for 3 points, and that's your turn. Nice! Lost on Toughness now? Yes. Okay, so Toughness 4. I put minus 1 to hit for my 3 points. Okay. Ähm, so, shooting. Yes. Ehm, let's start. This guy, we'll shoot in him. Mhm. Two shots. Hitting on the 4th. One hit. Wounding on trees. Yes, Toughness 8. So, 4th. One wound. No. Uh, wait, 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 wait. How about, once there, you have 3. Uh, I re-roll. Yeah, I re-roll in a 5. Okay. So, no damage. Up to 3. Yes. So, here banners. Yes, it's okay. And here banners. Okay. Mhm. That's him done. I will shoot these guys also, um, on the demonettes. Yes. Let me check. D3 Blast. Hyper Wood, yeah. Okay. So, it's 3, 6, 9 shots. Yeah. Yep. 9 shots on the demonettes. With them, right? Yeah. On 3s, they're only ones. They're minus 1 to hit, right? Uh-uh. They're minus 1 to hit, but you hit on 2s naturally, right? Yeah. So, one draw. No. And then wounding you on 3s. Uh-uh. Ooh. 2. 2. If it doesn't matter. 4th. Yeah, 2 to hit. I can see the demonettes will use the hyperphorogram. Okay. And the other on the demonettes. The other on the demonettes. The other on the demonettes. We use the normal execution around. Okay. So, one on the demonettes. 3 shots. Minus 1 to hit. So, uh... Yep. 3s. No. And the one on the... Ah! Reroll. Um... No, I'm not keeping it. I'm keeping it for... Yeah. Uh, 1 hit. No, I didn't move. So... But still, minus 1 to hit. Why? Ah, they are minus 1 to hit? Yeah. No, for my... I spent my 3 walk. My whole army is minus 1 to hit. Wounds. Strength 5. Toughness. 5. Okay. Sorry. Wrong. Yeah. Wounds. AP... Doesn't matter. AP doesn't matter. Yeah, exactly. Easy game. Okay. Then I shot them. Yes. Then I'm going to... Let's go to the main thing. These guys. Yes. Really good. I still really want to hit also Bellacor. So, da möchte ich jetzt natürlich Bellacor treffen und ihn. Also, er muss einen ignorieren. Yeah. Awww. Haha. Decisions. Anyways, I spend 1 CP for plus 1 to wound. Also, er gibt 1 CP für plus 1 to wound. So, it's 6 shots. Ja. Hitting 4. Auf wen? He doesn't have minus 1 to wound, right? Bellacor does. Ja, aber es macht keinen Unterschied, weil er hat Toughness 8. Und er hat Toughness 7. Minus 1. Ja. Also, es kommt ausgleich raus. Auf 4. But if he is minus 1 to hit, can you make him a transformer to hit? Ja. Okay. Entschuldigung. Ja. Na, alles in ihm hier. Ja. 4. We roll alles. Okay. Das ist okay. Und jetzt 4. Ich hab das 8. 3. Plus 1 to wound. Ja. 3. We roll alles. 4. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 2. 3. 4. 2. 4. 3. 4. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 6. 6. Okay. Gut. Okay, dann war das das. Was machst du für Secondaries? Einer geht, dann sind da noch 3, 6, 7. Noch einer. So, 2 für Promethean Creed. Ist auch ein schweres Secondary, wie ich sehe. Einfach so? 2? Ja, ich auch nicht. Das ist richtig. Ich habe 2 CP insgesamt auszugeben, du hast 1 CP auszugeben. Ich habe 3, du hast 2. Ja, in der Runde 2 beginnt mit 4 für dich und 3 für mich. Das ist richtig und ich kontrolliere genauso viele wie du und mache 2 Banner. Und dann mache ich das mal on camera wieder. Oh, das sind mehr. Das sind 6 Warp Punkte. Damit kann man arbeiten. Wir kommen gleich zurück nach allem möglichen. Okay, so. Also, was ist passiert? Ich habe alles hier in Loki-Range geschockt, bin mit einem runtergekommen, nach vorne gegangen, habe Psychic Integration geschaffen mit einer 10 und habe dir auch mit einer 10 Fight Last gegeben. Du hast einen Kommandopunkt auszugeben, um es mit zu bannen. Hat nicht geklappt. Ansonsten bin ich hier unten mit einem Banner geschockt. Also, alles hat bei mir einen Banner, weil es kostet nichts. Und dann kommen wir schon zum Beschuss, ne? Ja. Dann schießt die Kanone wieder auf die Thermis, mit minus 1 zu Hit. Ja. 3 Schiss. Ne, D3 plus 3. Alter. Also, 5. Gut. Auf 4. Okay. Ja, Dämonik. Far from it. Ähm, was habe ich denn noch verschießen können? Belakor has a breath? Nein, hat er nicht. Äh, a flame. Hm? Ja. Ah, er... Wie viel Toughness hat dein Speedo? Sechs. Sechs. Ah, ja, ich mache den Breath in die... Ja. One. Einmal. Minus 2. Ne? Ja. Einen Schaden. Einen Schaden. Einer hat noch kein Leben. Ja. Und jetzt die Siege Flamer. Mhm. Wo? Hm, in den... In den, äh, in das Fahrzeug rein. Okay. Okay. Das sind... 10, 12. Okay. Plus... 9. 3. That's really good. Ja. Ähm, was habe ich jetzt? 12 plus 3, ne? Ne, Quatsch. Plus 9. Plus 9, ja. 21. Okay. Dann mache ich, ähm... Dann mache ich 11 zweimal. Äh, Stärke 5. Auf die 5. Mhm. Das sind schon mal... 5. Okay. Und... Einmal. Noch einmal. Oh, 5 und nochmal 4. So. Neun Stück. So, 5, 6, 7, 8, 9. Minus 2. So, minus 1. Okay, 4. So... 4 Schaden. Ja. Wie viele hat er insgesamt? 6. Okay. Das ist gut. Noch 2. Dann war das glaube ich schon der Beschuss und wir kommen zu Charges, ne? Ah, ich habe vergessen die zu bewegen. Egal. Ähm... Ich mache hier für 1 CP noch Blatt. Okay. So, du hast noch 3. Ja. 10. Ja. Ähm... Charges machen wir jetzt auf die Kamera, die letzten. So, ähm... You have fight last here. Mhm. Thanks to, ähm... Elachor. Ja. And, uh... I will have to fight with my Bloodthirster first. I will make, um... Two attacks in the... Find me here Bloodthirster? Hm? Yes. 1 CP, 4. Transhuman? Mhm. Okay. 6 in them and 2 in the vehicle. So, uh... Is he minus 1 tilt or something? No. Okay. Threes? Twos. Why twos? Same. Okay. I have... 14... 16 strength or something. Okay. I'll choose one. One here. Yeah. minus... 4. So, 3. Okay. D3 plus 3. I think it's it. He explodes. He explodes? 1 motor loot. Okay. And, uh... 6 attacks in the boys. Okay. That's 2 1s. That's terrible. And Transhuman you put? Okay. 3? Yeah. Minus 4? So, uh... 3 3. 1. Yeah. Okay. 2 dead. So, I killed 3 models. Also, I killed 3 models. Also, I have 3 models getötet. Yeah. Sure. So. Wallot trade. Uh... I heal for a while. Mhm. Also, ich hab, uh... jetzt wieder... 5. Mhm. Und ich konsolidiere. Und kannst sehen, soweit es geht. Er kommt nicht in den Gage Ranger. Nee. Okay. Okay. Ja, aber dann auch nicht in den Wald. Das ist okay. Ähm... Dann kann ich ja eigentlich die Dämonetten aktivieren. Mhm. Wie viele Cine habe ich noch? Ähm... Aber die rerounen eh wegen Belacore. Also, ich geh hier komplett rein und baste dich. Ja, ja. Ist klar. Und dann hab ich, glaub ich... 42 irgendwie sowas attacken. Die rerounen eh die einen sind wegen Belacore. Ähm... Ich mach immer einen 10er Schritt, wenn es okay ist, ne? Ähm... Wie viel Schaden? Einen Schaden. Und Ape? Ja, minus 2, glaub ich. So, minus 1. So, minus 1. Meines Tyrodus, ja. So, minus 1 und plus 1, dann haben wir 3 aufsave. Ja. Cause if they survive, it will be ache. I will use it. Ja? Ja. Okay. Ähm... Ich wunde direkt durch, ne? Ja. So, das sind schonmal 5. Aus dem ersten. Okay. Ähm... Ich könnte kniffeln heute. Ich hätte das reroll anmachen sollen. Zwei aus dem zweiten, also sieben. Die sieben, okay. Okay. Tankner, doch der 1-2-rollig. Für Belacore, okay. Dann haben wir hier nochmal 5. Okay. Also 12. Ähm... Und hier nochmal 3. Also 15. Und ich glaube noch einen hinterher. Ja. 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 Nichts. 15. Okay. Minus 2. Also minus 1. So, minus 1. So, minus 1. Ich habe das verhalte. Wenn du es auf Salamander hast. Also 3er-safe. Ja. 3. So. 1, 2, 3, 4. So, zwei Tot. Ja. Einer überlebt. So. Und Chargen überlebt. Ich konsolidier hier mit dem... Ja. Also, dass ich dich base. Ja. So. Okay. Dann ähm... Machen wir mal weiter mit... den Bloodlettern, glaube ich. Ja. 21 Attacks. Rerolling once. Keine. Keine. Wie eben? Ja. Weil du Tafnis 5 hast auf die 4. Dreimal. Dreimal erstmal nur. Okay. Dann haben wir hier einen Kniffel. Hier. Und das sind nochmal... 6. 6. Okay. Ja. Okay. Durchschlag? Und eine hinterher. Sorry, warte. Ja. Durchschlag? Ähm... 2, glaube ich. So. Was heißt? Minus 1? Was ist die 3? Ja. Minus 3. Entschuldigung. Minus 2. So hat sie 4. Ja. So. 4, 5. Ja. 2. 2. Äh. Phenopane. Ja. Essen. Phenopane. Eine hat noch... 1. Ah ja. Okay. Dann... 4 Stück. 4 Stück mehr. So. 2. Weil das ist 2 Schaden. So. 2 Stück. So. Ah ja. Stimmt, das ist 2 Schaden. Ja. 2. 6 plus. Ne. 2 Mutterloom tot. Mhm. Und dann 1 extra. Ja. Ne. Ja. So. 2 Mutterloom tot. Mhm. Too much tentacles. Und einer hat noch ein Leben. Ja. 2 tot? Ja. 2 tot. Und einer anleben. Okay. Dann schlage ich mit den Fens als nächstes. Ja. Und dann mache ich glaube ich die vollen Rewards einmal an. Weil ich... Okay. Für 1 CP. Brauche ich die noch, weil... Dann habe ich noch... 2 CP, ne? Hm? Dann hätte ich noch 2 CP. Ja. Das mache ich. Für 2 CP? Nein, für 1 CP. Okay. So, du kannst noch 2. Ja. Genau. Ähm. Dann kommen die Fens. Die haben 4 Attacken. Ja. So... 4... 3 Kern-Attacken. Nicht 4. Ähm. Ich brauche das. Ähm. Der eine hat eine mehr. Der Chef. Follow Rewards. Okay. Das guckt. Ja. Okay. Ähm. Stärke... 5. Das sind erstmal 5 Stück. 5 Stück. Okay. 4, 5. Sorry. Ich gucke gerade aufs Handy. Ja. Ja. Wollt ihr Save again? Äh. Ich habe still Malefic Weapons noch. Ja. 2, 2, 4, 6, 8. Das sind jetzt die Malefic Weapons. Follow Rewards. Follow Rewards. Alle. Mhm. Und die haben Stärke... 5, 4, 4, okay. Dreimal. Also... 3 Malefic. Und 5 nochmal. Okay. So dann nochmal was ist der Durchschlag? Ähm. Malefic ist... Minus 3. Nein. Erstmal die normalen Clause. Die 5. Okay. Minus 2. So minus 1. Ja. Äh. Nein. So minus 1 auf 3. 2. Ja. 2 flat. So. Okay. 2. 2 flat. Die ersten. 4 no pain. Ja. Die ersten. Ne. 1 tot. 2. Eine hat noch 2 Leben. Mhm. Und jetzt die... 1 tot. Eine hat 2 Leben. Und jetzt die 3 Malefic. Ja. Minus 3. Ja. Minus 3, ja. So hat die 4. 2 mal. 3 flat. 3 flat. So. Essen. Ja. Eine hat noch 1 Leben. Wahnsinn. Und... Ja. Ist okay. Äh. 3 flat. Ja. Aber ist tot. Ja. Ist tot. So. Ich... Ich konsolidiere aber nicht in deinem Charakter rein. Aber du musst, weil das die nachessen oder nicht? Ne. Das war das nächste. Okay. Okay. Dann wird noch rein. Basen. Okay. Äh. Und jetzt kommen Bellacore. Bellacore. Äh. 4. 4 verloren. Alle. Mhm. Und auf 2. No. Ahja. Stärke... 12 verloren. Stärke 10 mindestens. Stärke 12, ja. Okay. So. 5 mal. 5 mal. Auf die 4. Auf die 5. Weil kein invulnerable save. Ja. Ja. 2 gesaved. Wow. Äh. 2 mal. Ja. Aber ich muss verwifeln. D3 plus 3 für 4. Erster. Okay. 2 tot. Achso. 1. Ja. 1 tot. Ja. Der andere war 6. Okay. Und der letzte ist... 2 tot. Ja. Und der letzte ist für... 4. Ja. 5. Ja. 3 tot. Okay. Ähm. Ich glaub du willst Bellacore angreifen, oder? Mhm. Wahrscheinlich. Das ist okay. Aber ne. Ne? Okay. Wo ist mein Champion? Mein Champion ist hier. Ah hier. Okay. Gut. Okay. Perfekt. Okay. Aber das war sehr gut. Ja. Und jetzt hier noch die Blood Crusher. Und dann war das mein Zug. Ja. Hier da 3 Attacks. Und der Chef 4. Mhm. Drei. Sechs. Neun. Ja. Äh. Auch... Dreien. Mhm. Ach. Wie ist es gar nicht. Und äh... Stärke 5. Mhm. Tafnus 4, ne? Okay. Alle. Alle. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Minus... 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 Neun. Minus 3, 2, ja. Elf. Okay. Minus 3, 2 ist ja. Ja. Auf die 4. Auf die 5. Ja. Ja. Auf die... Minus? Minus. Minus... Ah, ist okay. Sie sind tot. Minus 3, ja. Sie sind tot. Ja. Und das ist mal der Fick. Ja. Und... Consolidate. Ja. Okay, gut. Oh, not actually. Ja. Just with them. Ja. Das war... Warte, 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 warte. Hab ich irgendwas vergessen? Ne, das war's, ne? Jetzt bist du dran. Ja, okay. Ich bin... So, eh... Arsenal hier. Ja. Mh... Habe ich... Einen Moment. Einen Cursor? Mhm. Vier Attacken? Ja. Und auf die... Ja. Zwei? Einen. Ehm... What is that? Ah, die gehören dazu. Ja, nehme ich hier einen weg. Ja. Okay, dann... Mh... Ich... Jetzt... Alles auf Belacore? Ja. So, das ist... Und... Vier. Ja. Alles auf Belacore von den Thermis? Ja. Auf die Vier. Ja. Also minus Zwei zu Hitt, um genau zu sein. Aber minus Zwei zu Hitt, um genau zu sein. Also minus Zwei zu Hitt, um genau zu sein. Also minus Zwei zu Hitt, sozusagen. Auf die Vier. Ja. Ähm... Und verwundet auf... Auf Dreien, also auf Vieren. Ja. Ja. Minus 1 zu Hitt, minus 1 zu Hitt. So, ich roll eine für Salamander. Ja. Fünf. Drei, fünf. Auf die Vier. Drei Scheiben. Einnix. Drei Scheiben. Ja. Alles klar. Ja. Ja, gut. Das war ein starker Zug. Ja. Und hier. Ich kann... Ja. 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 Ja, genau. Ne, ne. Mit deinem Modell. Ne, ne. Okay. Äh... Zwei Attacken. Beides. Auf die Fünf, ja. Ne. Ne, okay. Gut. Ja, dann... Moral, für mich hier. Oh ja, unbedingt. Mit minus Zwei. Aber das... Zwei plus drei, fünf. Bei den Terminatoren ist das interessant. Ja. Die haben sieben verloren. Drei plus sieben, zehn. Minus... Moral minus zwei, ja. Ja, so. Zwei lang. Na, ist okay. Okay, also einer geht. Einer. Okay, gut. So. Ähm... Ich hab keinen Breakdown, Body Breakdown, Story gemacht. Weil die Einheit überlebt hat. Doch, ich hab hier einen getwittert. Ja. Äh... Das heißt... Zwei Punkte. Ne, ein Punkt. Ne, ne... Ich hab nur eine Einheit. Schade eigentlich. Äh... Reality Rebels hab ich jetzt gemacht für... Drei Punkte wieder. Ja. Weil du hast hier noch einen Apathic Carry in der Mitte. Sonst hätte ich hier auch gemacht. Äh... Ja, ich kann Attacken... Nein, den Apathic Carry. Nein, nein. Aber du hast ihn in dem Viertel darum. Ja. Okay. Ähm... Ich habe Psych Integration gemacht für drei. Mhm. Oh, ich hab auf eine Zehn manifestiert, ne? Ja. Ja. Das heißt, ich krieg noch einen Kommandopunkt. Ja. Ähm... Jetzt bei vier. Mit dem, was ich in deiner Runde bekomme. Ja. Du hast so einen CP eben ausgegeben für irgendwas. So. Ich habe einen CP. Äh... Du kontrollierst, äh... Eins und zwei. Ja, ist richtig. Und nicht mehr auch. Äh... Sorry. Weil sie sind Top 6 so. Genau. Und dann machst du Banner. Äh... Drei. Mhm. Alles klar. Dann machen wir weiter. Wir kommen zurück nach Salamana Movement. Äh... In meiner Moralphase benutze ich fünf von meinen sechs Punkten und mache Dark Invigoration. Ah. Und ein Modell dazu. Und heilen, ja genau. Also jedes Modell, wenn einer, kann sich jetzt heilen. Ja. Hier. Ähm... Erstmal der Bloodthirster. Zwei. Zwei ist so... Drei. Ja. Dann... Dämoneten. Für den Trupp. Zwei wieder hinstellen, ne? Diese? Ja. So zwei. Dann für die? Nein, du hast keine... äh... Ein Modell. Hier habe ich auch eins verloren eben, oder? Äh... Ne. Das ist zwei, vier, sechs, acht, neunzehn. Echt? Ich dachte, ich habe zwei. Zwei, vier, sechs, achtzehn. Okay. Dann bei den Bloodlettern habe ich nichts verloren, ne? Oh, Bellavco. Oh, Bellavco, ja. Eine. Ja. Ja. Okay, das war's. Okay, gut. Ja. Wir kommen zurück nach Salamander. Ja. Ja, Warpirtual habe ich eben gebannt. Und er hat sich zurückfahren lassen und geht jetzt in den Angriff. Ja. Hat einen Termin wieder geholt. Ja. Schießen wir diese auf deine Termins, auf deine, Entschuldigung, auf deine Blattkasche. Ja. Diese auf deine Blattkasche. Auf die drei. Mhm. Oh. Oh. Okay, gut. Dann. Dann. Hier hast du auch zurückfallen lassen, ne? Ja. Schießen wir diese auf innen. Ja. Ja. So, fünf, äh, zwölf D6. Äh, zehn D6. Ja. Also die Aggressors auf die Fence. Ja. Sechs. Acht. Zehn. Äh, zwölf D6. Ja. Ich kann die Roll, weil das ist eine und eine. So, ich roll die eine und zwei. Ja, okay. Und das ist? Äh, nur vier. Hm? Ich hab Tafnus vier. No, das ist, äh, number Schuss. Ah, okay. What? Flemmer. Flemmer. So, fünf, zehn. Äh, sechsen. Neun und sechsen. Einundzwanzig. 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 Das sind vier. So, das ist dreißig. Ja. Sechunddreißig. Neununddreißig. Zwei und, äh, und vierzig. Achtundzwanzig. Einundzwanzig. I like the Galaxy Bro that it feels like. Ja. Okay. Äh. So, achtundvierzig. Ja. Drei. Sechs. Neun. Zwölf. Ja. Äh. Äh. Fünfzehn. Mhm. Achtzehn. Zwanzig. Äh. Achtundvierzig. So. Zwanzig. Zwei. Zwanzig. Ja, achtundzwanzig und zwanzig haben wir. Ja. So, verbunden auf Tafnus? Äh, vier. Wir haben vier, die anderen fünf, ja. Aber dann auf T3, weil ich bin in Tactical Top drin. Ja. Ja. Okay. Und ich habe Platz eins zu gewunden mit Firmail. Auf die drei. Das wird wehtun. So, das sind drei. So, das ist, äh, die erste Mal ist vier, acht, zwölf, mhm. Sechzehn. Mhm. Reicht. Äh, 20, 21 die ersten. Okay. Ich, äh, save mal. Vielleicht reicht das ja schon. Ja. Ja. Ja, du kannst ja weiterwürfeln. Wir machen das nur parallel. Die Schiffung zu viel. Ähm. Erster tot. Zwei sind tot. Okay. Und einer ist, äh, auf einen. Guck dir auf den. Drei. Sechs. Neun. Zwölf. 15, 16. Okay. Zwei sind tot. Einer hat einen Schaden bekommen. Und jetzt haben wir 16. Ja. Okay. Kann ich nochmal so einen guten Wurf? Könnte reichen, ne? Sollte reichen eigentlich für zwei. Erster tot. Ja, sind tot. Beu oder? Ja, sind tot. Okay. 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 Dann, ähm. Flamer auf deine Bloodcrushers. Ja. Und die sechs. Aber, äh, ja. Zwei. Ähm. Roll eine für Salamander. Zweimal. Eine. Tot. Ähm. Drei Pistolen auf innen. Mhm. Auf die drei. Zweimal. Halt. Halt. Okay. Ein Pistole auf meine Eliminator. Mhm. Vier. Ähm. Stark fünf. So. Halt. Halt. Okay. Eine Feuerwehr auf ihm. Mhm. Ja. Ups. Wien sechs. Vier. Mhm. Verwunderhaft. Stark ist fünf. Dachnis. Äh. Auf wen? Wien hast du geschlossen auf die Bloodletter? Ja. Ich glaube Zaffnis vier haben die. Ja. So dann auf die zwei. Ach, eben plus eins. Mhm. Wie viele? Vier. Okay. Einer? Einer? Ja. Einer? Ja. Okay. Und dann schieße diese. Ja. Alle auf diese Dämonette. Okay. Okay. Also das ist neun Schiss mit dem Hyperfrag. Äh. 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 Zero lines für Kapitän. Hast dich bewegt, ne? Ah. Ne. Ich habe nicht bewegt mit dieser. Mhm. So auf die zwei. Und auf die. Taftnis fünf auf die drei. Das ist. Eine Salamander roll. Drei. Sechs. Sieben. Okay. Ja. Einer. Okay. Just a normal day. Ja. Okay. Okay. Dann. Ja. Pistole auf ihn auf. Ja. Pistole vom Apotheker. Ne. Ne. Und das ist alle auf mein Schissen. Okay. Dann Charges. Ja. Äh. Charge ich. Ähm. Er ist mit seinem Charakter gechargt, weil ich so oder so heroischen trainieren konnte. Vier Zippe. Ja genau. Mh. Alles klar. Okay. Ich habe ein Zippe. Ja. Ja. Dann bin ich jetzt äh. Okay. Schieß. Also die äh. Wollen wahrscheinlich auf Belakor schießen. Ja. Alles auf Belakor. Ja. Sich auf Belakor. Der die im Chapter-Monster bekommen. Ne. Das ist keine Reworld gegen mich. Ah ja. So dann. Wobei du musst. Ja. Alles auf dann. Kannst du sehen? Also du bist in der Rune oder nicht? Ne. Nicht in der Rune. So alles auf dann. Okay. Alles roll. So. Auf die drei. Ja. Wollen Sie noch mal noch? Nein. Wir rollen. Das ist für den Lieutenant. Ah okay. So. Vier movement. Okay. Okay. Haha. Kniffl. Haha. Okay. Ja. Hier geht's. Ah okay. Ah no no. Es ist wichtig. Ich habe vieler Schmerzen. Sorry. Acht. Zehn. Zwölf. Zwölf. Ah. Oh Gott. Ja. Acht. Acht. So. Drei plus acht. Elf. So hast neun. Elf. So. Ja. So. Er hat noch neun. Ja. Okay. Dann beginn hier. Ja. Ich benutze meine Zettel für starkes Tracht. Er hat plus eins zu wundern. So. Minus eins zu wundern. Ja. So. Plus eins auf die drei. Ich bin stark 8. Ja. Und ich bin vier Schaden. Vier Schaden? Ja. Ich mache Strength of the Primark. Ja. Und sechs zu wundern ist. Double Schaden. Und plus eins stark. Geht das auf ihn? Strength of the Primark. Wundroll of six. Double the damage. Und geht auch auf Charaktere. Ja. Wow. Auf die drei. Alles. Ja. Minus eins zu wund. Ja. Minus eins zu hit. Ich bin minus eins. Minus eins zu hit. Ich bin. Weil ich habe deinen Hammer. Minus eins zu hit. Hätte ich. Eine mehr. Ach Schaden. Ja. Äh. Zipirirol. Re-rolls. Für Belacore. Yep. Waren das jetzt schon alle? Drei. Sechs. Neun. Ja. Waren alle. Ja. Ja. Ich glaube die. Drei. Zwei. Vier. Sechs. Neun. Minus. Äh Quatsch. Zwei. Vier. Sechs. Sieben. Minus drei. Kein Arm auf Contempt. Minus drei. Aber ich habe ein plus eins safe. So minus zwei. So vier plus. Ja. So vier plus genau. Das ist. Drei mal. Ja. Äh. Ja. Einer tot. Einer tot und einer ein Leben. Ja. Warte. Ach egal. Ich glaube ich habe eine Vergessung von Captain. Ist egal. Okay. Und danach attacken wir diese. Drei. Sechs. Äh. Das ist. Drei. Äh. Hast du normales? Drei genau. Ja. Und so vier und fünf. Acht. Neun Attacken musstest du. Ja. Auf die drei. Ne Quatsch. Drei und vier. Sieben plus zwei extra. Ja genau. Neun. Das ist. Drei. Drei. Fünf. Neun. Auf die drei. Roll eins. Ja das ist so. Roll eins. Gut. Ja. Und verwunderlich. Drei. Drei. Ja. Wow. So. Wer fehlt? Sechs tot. Ja. Ja Quatsch. Das Horn muss ich ja da lassen ne. Ne brauche ich gar nicht mehr das Horn. Ja. Ja. Okay. Und äh. Dann Moral für die sich. Ja. Ich mach mal Moral. Ja. Drei plus sechs neun. Ja. Einer geht. Und. Eine. Einer geht. Dann nehm ich den im Nahkampf glaube ich. Wobei. Ne. Da kannst du konsolidieren ne. Ich nehm den hier. Wobei. Dann kann ich nicht auf die schießen. Ne. Ich nehm den der im Nahkampf ist. Okay. Und dann Belakon muss. Ich hab ja vergessen Belakon. Belakon muss campen ne. Ja. Jo. Ist noch voll. Ja. Was hat dein äh. Captain für ein Profil? Ähm. Profil auf meinem Captain ist. Zwei plus safe. Ja. Äh. Dachnis vier. Sechs Wundern minus ein Schatten. Dreier Retter? Äh. Zwei. Zweier safe. Dreier Retter. Ne wer war mit. Vier plus. Drei. Zwei plus vier plus. Ja. Ja. Alles klar. Das sind vier Stück. Minus. Minus vier. Kein Retter. Aber ich habe minus drei. Ja. Also fünfer. Fünf. Keiner. Ähm. Keiner. Ja. D3 plus drei. Ja. Ja. Ist tot. Ich habe kein Zapper. Ja. Ja. Ich kontrolliere nicht in die Terminatoren rein. Ja. 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 Das war dein Zug, ne? Ja. Das ist alles. Was machst du? Äh. Ich habe gemacht. Äh. Für. Okay. Äh. Ich mache schon mal für meine nächste Runde die Warp Storm Punkte. Für Mythian Crates zwei Punkte. Ja. Äh. Äh. Warp ritual habe ich nicht gemacht. Breakdown Podium soll eine. Ich habe gekillt eine Unit. Ja? Ja. Ja. Und dann äh. Das war's, ne? Ja. Das war's. Okay. Warp Storm Punkte. Vier. Vier ist leider schade, aber es nehme ich auch. Okay. Bis gleich. Kommt zurück nach Dämonen. Und ich kann noch ein Smite machen, oder? Ja. Ich habe zwei Power. Ich will nicht alles wieder re-deployen. Smite. 5. Oh, du kannst nicht binden, oder? Du binden schon. Die 3. Für 2. Auf den Terminators. Ja. Oh. Nice. So ähm. Ja. Also ich habe seine Lieutenant Aura ausgemacht. Ich hätte auch seine Obsek Aura ausmachen können. Aber ich habe eh gleich mehr Obsek Modelle als er auf seinem Marker. Also ähm. Schalte ich jetzt seine Lieutenant Aura für den nächsten Zug aus. Und versuche ihn dadurch seine Flamer und Dizimatoren ein bisschen schlechter zu machen. Ah. Ich kann Belaco eigentlich noch bewegen, ne? Ja. Aber machst du es so? Eigentlich... Ich hätte eigentlich... Ja, wobei du kannst ja Abwehrfeuer... Hast du noch CP für Abwehrfeuer? Ja, mein CP. Und du wundest mich auf... Ähm. 4. Auf die... 4. Ja. Ja. Ich werde vielleicht nur arretieren. So. Also. Quasi so. Dass ich eventuell da... Wobei du schlägst auch zu mit äh... Damage. Oh. Ich habe vergessen. Er hat minus 1 Damage. Äh. Ich kann dann so vielleicht konsolidieren in die rein. Ja. Ja. Irgendwie so. Okay. Der Bloodletter bleibt wo er ist. Gut. Und dann ging das mal trotzdem mal. Okay. Dann kommen wir zum Beschuss. Der Flamer. Auf. Von ihm in das einzelne Modell. Drei. Äh. Zweimal. Minus zwei. Minus eins. Ja. Eine Runde. Eine Runde. Okay. Dann ähm. Die Flamer in die... Blade Cards. Mhm. Oh nein. In die Terminators. Ist das gleiche Effekt, ne? Ne. Minus zwei. Hier savest du auf... Beide. Äh. Hier hast du zwei plus. Ich hab besser safe. Ja. Sie haben drei plus normales. Minus zwei genau. Ja. So. Mit plus eins. So das minus eins. So. Hier habe ich drei plus. Hier habe ich vier plus. Ah. Die Nummer zwei davon. Ja. Ähm. Ähm. Was haben wir die Terminator? Zehn. Sechze. Zwölf. Plus neun. 21. 21, ja. Vier. 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 Vierzehn. Eighteen. Zwanzig. EinZYdi. Du hast noch Tapes Fier, ne? Ja. Die Nummer zwei. Aber das war zwar nicht so. Zwei. Vier. Sechs. Acht. 10, 11, 12, 13, 14, 15 Stück. 5, mache ich 3x, 3 plus, 2 und einer hat noch ein Leben. Einen Tod. Und dann ein Tod. Einer hat noch ein Leben. Einen Tod. Phenopane? Ah ja. So. 5 Phenopane? Ja. 4. 5. Einer, ja. Aber da. Ja. Na, ich muss machen, Entschuldigung, ich muss machen, weil ich habe die ersten 3. Ist nur ein Schaden, anyway. Ah ja. So, das war 2, 3, 1 Tod. Einer Tod, ja. Einer Tod, ja. Gut. Okay. Das ist okay. Ehm. Tja, die Skullcannon. Ja. Auf, ähm. Einen hier schon. Einen hier schon. Wie viel? Fünf Schuss, also zwei. Ja. Zweimal. Minus zwei, zwei Flats. Eine. Zwei Flats. Eine hat noch kein Leben. Mhm. Okay. Okay. Gut. Mein Dice. Okay, ich glaube, das war es schon, ne? Ja, ich würde hier Banner auf Blatt nochmal anmachen. Mhm. Und hier den. Vorhin zippen, ja? Ja, genau. Ne, das muss ich rerounen. Ja, mit einer Zehnzahl ist es auf jeden Fall. Also zwei zu P auszugeben. Wir kommen mal zurück nach den Charges. Ja, äh, Overwatch ist, ähm, hier quasi mit einer Wunde hat Belakor gegessen. Und ich glaube, ich gebe jetzt für Korn, äh, plus eine Attacke aus. Weil ich will, dass die da unbedingt sterben. Komplett. Und weil Minus eins zählt, bringt mir eh nichts in seiner Phase. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Dann haben, ähm, würde ich, ja, du kannst eh nicht unterbrechen, dann aktiviere ich ihn als erstes. Ja. Äh, für Korn. Ist ja auch Korn. Duffness Five. Ja, steht zwei. Vier haben. Ja. Minus vier. Zwei minus drei. Ja. Und die sechs. Oh. Zwei gesaved. Ja, zwei. Zwei dort. Äh, ne, ich bin nicht in der Reward. Ne, ich bin nicht in der Reward. Äh, zwei dort. Etwas underwhelming. Ich hätte lieber einen Rewarden sollen. Ähm, dann kommen wir oben zu dem Big Boss. Mhm. Der hat jetzt neun Attacken. Wannscher? Der große. Blattwörster. Ja, okay. Ja. Ja. Auf die drei. Ja. Weil, ähm, im Bracket, ne? Ja. Und hab ich drei. Ja. Vier. Ja. Fünf. Fünf. Minus. Vier. Äh, ja, minus. Sechs. Ja. Eine. Tot. Alle tot. Consolidation. Dann, wieviel Dämonenten hab ich da denn noch in dem einen? Vier. Vier. Ne? Vier. Ne? Vier. Ne? 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 32, 33 Attacken. Ja, 33 Attacken. 33 Attacken. Ich glaube, es ist gut. Ja, ich mache einmal kurz zu bestätigen. Ja. Das wären drei gewesen. Achso, du hattest noch eine Wunde. Ah, ist okay. Das hilft. Das sind nochmal drei. Tot. Okay, ja gut. Das hätte ich jetzt noch zweimal gemacht. Ja, okay. Dann ist er tot. Alles klar. Dann kommen wir hier zu dem Korn. Der hat jetzt vier Attacken. Weil plus eins wegen Korn. Ja. Trifft. Alle verwundet. Auch die hier. Okay. Vier plus. Ja. Zwei. Zwei flat. So. Ein tot, einer hat noch keinen Levin. Genau, das machen dann die Dämonetten. Das sind noch drei, sechs Stück. Sechs mal vier sind 24, ne? Ja, 24. Und eine dazu. Das droppt. Sorry. Ja. Ein Levin hat er noch, ne? Ja. Ja, okay. Bei dem Wurf. Drei, sechs, neun. Ja, zwölf, dreizehn. Dreizehn minus? Äh, minus zwei. So. Also vier. Neun. Zwölf. Dreizehn. Konfirmation. Ja, das ist tot. Äh, ich glaube, ich konsolidiere nur ein bisschen ran. Mhm. Aber nur um den Weg zuzumachen. Ja. Moment nicht. Okay. Ja, dann, ähm, haben wir hier unten. Also. Mein Turn? Ne, hier unten. Ah, das ist tot. Ja, bye-bye. Ja, also ich würde hier rauf. Ja. Mit dem zuerst. Dann würde ich die halt noch. Also das wäre nicht ganz unwichtig, weil ich kann aktivieren und consolidation. Ah, dann, du musst erst, äh. Erst die würfeln. Ja. Also wenn die die töten, ja, dann. Zehnmal, ähm, also aktivieren sowieso. Wenn du aktivierst, erst dann. Also erst muss ich die aktivieren. Okay, aber dann, ja. So rum. Äh, jetzt zwei Attacken, ich tue. Eins wiederholen für Bellacore. Wie viel? Zun, sechs, sieben. Sieben, okay. Dann fünf, sieben, aber? Zwei? Äh, drei. Zwei, zwei, zwei. Jetzt kommt das. Okay, so, aber das ist vier tot, so einige gelebt, so. Genau, so, der letzte lebt wahrscheinlich. So, ja, so. Wahrscheinlich so rum. Und dann töten die ihn und dann konsolidiere ich aber trotzdem hier rein. Aber dann, aber dann, einen Moment, dann. Ich habe ihn hier gemacht. Mhm, genau. So, du musst konsolidieren. Okay, da rein, okay. Da rein. Weil ich habe hier so eine Reihe aufgestellt. Also ich komme so oder so, komme ich, glaube ich, hier rein. Gut. Würde ich sagen. Okay, gut. Und dann dürfen die noch schlagen. Ja, dann darfst du zurückschlagen. Die Attacken hier. Ja. So. Drei. So. Und zehn Schatten. Vier Attacken. Drei Attacken. Vier und fünf. Normales hat normales drei. Drei haben die? Ach, cool. Okay. Ich glaube, ja. Ich habe ewig nicht mehr gespielt. Auf die vier? Ja. Also minus eins third, anyway, ja. Ja. Dann auf die drei, also nur auf die vier. Minus eins to und. Ja. So, auf die vier. Ja. 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 Vier? Drei, sechs. Mhm. Okay. Da gehen drei durch. Okay, so. Also, drei damage. Weil er hat minus eins damage. Ja. Ja. Hat er zehn Schaden müssen. Okay. Okay, gut. Dann, mein Turn. Ah, ich hätte hier sogar noch eine Attacke mehr gehabt. Also, die wären schon. Ich habe das. Ich habe doch hier Dings ausgegeben. Ja. Die hätten. Ja. Dann ist eh egal. Weil die hätten nochmal zehn Attacken mehr gehabt. Ja. Okay. Die dürfen noch. Ja. Ja. Ist egal. Zwei, vier Attacken. Ne, die haben auch zwei Baseline. Ja. Zwei Baseline. Zweimal. Ah, ja. Ich bin ja nicht gechargt. Ja, genau. Hm. Richtig, ja. Fünf. Ja, eine. Ja, eine. Ja, halte ich. Okay. Ja. Dann, hier ist das Spunner Gun. Ja. Hier auch. Ja, so. Du hast vier Punkte. Du kriegst einen Kommandopunkt. Ich krieg einen Kommandopunkt. Ja. Du kontrollierst vier. Ich habe Break the Body, Break the Soul für drei schon gemacht, ja. Ja. Ähm, nein. Eins. Eins. Zwei. Drei. 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 Ja. Okay. Und ähm. Reality Rebels habe ich gemacht für vier diesmal. Nein, ich habe zwei hier. Also hast du ja. Ich habe drei hier. Und vier. Das ist Reality Rebels, ne? Ja. Und zwei, drei, vier. Ist wirklich gut, Secondary. Ja. Ähm, Zeig Integration für drei. Mhm. Okay. Jetzt bist du dran. Du machst einen Banner. Ähm, ja. Ja. Okay. Eine Full-Murl Hit-Rose, One-Wood-Rose. Ja. Okay? Ja. Ähm, Terminator kommt hier. Ja. Er kommt hier. Er kommt hier. Er kommt hier. Mhm. Er kommt hier. Okay, wir kommen zur Nachbildung. So, ähm, ja. Alles nach vorne gegangen. Hier ein Wiederbelebt. Ich habe einen ACP. Ich kann in Kompat mit meinen Feuerwehren schießen. Oh, toll. Ja. So, ähm. Und du fallst hier. Ja. Okay. Mhm. So, das ist ähm. Vier Flamer? Ja. Äh, auf Belakor, ja. Ach, ich kann nur schütteln. Ah, du kannst nicht aussehen. Okay. Der ist... Elf. Elf. Oh, nicht gut. Dreizehn. Äh, elf. Äh, vierzehn. Ja. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Einundzwanzig. Einundzwanzig, so. Sechs. Acht. Zehn. Zwölf. Vierzehn. Sechzehn. Achtzehn. Willst du Warp Return noch probieren? Ah, ja. Zehn. Zehn. Okay, ich versuche zu bannen. Uch. Äh, ich glaube, ich kann das Strategam danach auch noch benutzen. Oh, sorry. Äh, zwei Dice only. Äh, nein. Äh, ich versuche für ein CP... Vier Plus. Vier Plus. Ja. Ja, okay. Ähm, auf die Fung. Ja. Ich bleibe in die... Äh, die Taktik. Natürlich, ja. Wobei... Okay, jetzt habe ich schon gemacht. Jetzt kann ich nicht mehr unterbrechen. Das war stupid. Äh, eins mehr. So. Drei... Sieben. Sieben? Ja. Sieben? Ja. Again? Ja. Ja. Oh. Oh. Das ist... Fünf. Fünf. Sechs, ob du noch. One more. Sechs. 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 Sixteen Wunzel. Äh... Fünf. Vier und Leif. Ja, okay. Ich glaube, es sind wir sehr. Ja. Ich glaube, es wird Sieb. Ja. Ich glaube, es wird sieben. Ja. Okay. Ich glaube, es ist gut. So. Äh, sieh's hier. Ja. Full roll. Ja. Hitten auf threes. Ja. Räuchstum. Ja. Räuchstum. Ja. Räuchstum. Okay. Winning Sie schon twos. Äh, thres. Ja. Räuchstum. Ja. Räuchstum. Ja. Räuchstum. Ja. Okay. So was? 5. 2. 1. 2. 2. 2. Das 1 baue ich noch, ne? Ich re-roll den für den CP, weil ich kann eh nicht mehr unterbrechen. Re-roll? Ne. Okay, dann lasst. Okay, ja. 3x. 2. Das 1 war nur Re-roll. 2x. 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 3x. 3x. 4x. 4x. 5x. 8x. 11x. 19x. So er hat noch ein Level. Okay. Interessant. Hier wäre das Unterbrechen wichtiger gewesen. Ja. Dann, ähm. Schießen, äh, ja. Ähm. Zug 4 schon, ne? Ja. Hier? Ja. Schießen in der Dimonetz. Ja. Mit V6 Schuss. Mhm. 3x. Mhm. Auf die 2. Mhm. Ähm. Er roll einen für Salamander. 3x. Ja. Einer. Antwort. Ja. Gut. Und dann, das ist alles. Chargers. Ja. Chargers. Ja. Charger diese auf innen. Ja. Äh. Diese auf innen. Ja. Ja. 8x. Mhm. Ja, ist okay. Ich kann nicht interrumpen. Ja. Okay. So beginn mit ihm. Ja. Ich hab 1 CP. Okay. 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 Volker fest dann. Spear Volker. Ja. Ähm. Das ist 4, 5 Attacken. Ja. Auf die 2. Ja. Ja. Und auf 6. Äh. Auf die 5. Ja. Eine Salamander. 2x. 2x. Halte ich? Ja. Ne? Wie viel Damage? Die. Wie 3. Er ist tot. Ja. Ich kann einen. Ich hab 1 CP. Ah ja. Die Frage ist, ob ich den hier benutze. Wie viel hab ich hier noch? Ich hab ihn noch. Ich hab ihn noch. Ich hab ihn noch. Ich hab ihn noch. Ich wiederhole den. Weil das ist das einzige, was schlägt auf ihn, oder? Ja. 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 Halte ich. Okay. Ich hab keinen CP mehr. Okay. Gut. Okay. Gut. Und dann aktiviert meine Tammis. Yes. 3x und 4. Ja. Auf die 4. Ja. Oh. Zweimal. Okay. Ja. Eine Salamander. Ne. Eine. Äh. Ja. Minus 1 zu. Und der ist richtig. Halte ich? Okay. Gut. Dann äh. Hier. Ich hab meine 5 Attacke mit meiner Library. Ah ja. Auf die 3. Mhm. Und auf die 3. Äh. Roll Salamander. 3x. Okay. Ist tot. Und dann meine, ja. 5x mit meiner Lieutenant auf deine Timonettes. Ja. Auf die 3. Äh. Salamander roll 3x. 2x. 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 Okay. Und dann ich habe... 3x. Äh. 4x. 3x. 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 Ja. Auf die 3. Mhm. Und dann habe ich dir die Lieutenant Aura ausgemacht. Ja genau. Ich hab die Lieutenant Aura ausgemacht. Ja genau. Und auf die 3. Auf die 3. Okay. Keine Salamander roll. So alles. Das ist 3. 6. 9. Ich glaube sie sind schon tot. Ja. Ja sind tot. Ja. Ja sind tot. Ja. Dann bin ich jetzt mit Belakor dran. Erster bestehende Anerkampf. Und schlage in die... Das hier ist die Great? Ja. Okay. Ja ja. Ja ja. Hits und 3. Und hier wird die World Cup hier. Auch Attackless glaube ich. Mhm. Ich hab jetzt gucken. Belakor. Ja. Aber ich treffe trotzdem auf die 2. Wie viele Attacken? Äh. 5. Okay. Okay. Ich hab gedacht er wird auch um... Ich dachte er trifft nur auf 4. Aber ne. Und auf 3. Ah nein. Glaube. Ja natürlich nicht. Ja. Alle. Alle? Sechsen. Only the Attack degree? Ja. Sure? Ja. That's a bit of you. Warte. Ich kann sagen. Äh. A movement. I get down to sex movement. Okay. 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 Movement, Attacks und strength degrades actually. Okay. But I still have double strength. So I need 6s. No 6s. Okay. All that. I know you have 6s. Wait. So the first one for 4. 4. Okay. Dead. 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 Okay. Second one for 5. He actually... No dead. Yeah. 5. Dead. Dead. Yeah. Squat deleted. Okay. That's tough. Yeah. That's game. Yeah. I think so as well. Because I... You cannot kill him now. No I cannot do anything. You cannot kill him now. Like you cannot... Ah. Yeah. I have 6s there. It's uh... 6 Attacks are set, right? Minus 2 Attacks. Yeah. Hitting on 4s. Yeah. And wounding on 2s. 3. 3. 3 ups? Yeah. In wound. Yeah. Yeah. Ooh. 2 go through. Yeah. How much damage? D3 plus 3. And then he's dead. So it's... Yeah. It's 5 and 4. That's okay. Game. There is no point continuing. Yeah. Because I control this objective now. So that's for Promethean 3 and another 3 points. And you killed something on it, right? That it's more points then? Yeah. 3 points. 2 because I control it. 1 because I killed. I will have been 1 extra if he didn't kill him. Yeah. So that's it. But... So how much points on Promethean? 7 in total. Up to now. Okay. And you make Warbrook or not? No. And break the body, break the soul you make for... I killed 1 unit. I killed... 2 units? 2 units. So... So right now it's 53 to 36, right? Uh... Psychic interrogation. Yeah, you made. So we continue to round... This is round 5 right now, right? 4. No, 4. We start 4. Yeah, and I control 12. And I think we can stop it all. Yeah. Good game. Good game. So... In my round, in your round, they're dead. Yeah. You come here. Yeah. I make a banner here. Yeah. Or even better, I charge here. Or banners. You don't... It's okay. Okay. But he's dead. Okay. But he's also dead. And here... Okay. Here I can have it, but then... It's okay. Yeah. So he's also free now, because he's dead. Yeah. Yeah. And I can now kill him with the demons. Yeah. I'm dead. Yeah. I'm dead. I'll see if I'm psychic again. Maybe before. Yeah. Everything. Yeah. 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 You can ban. 8 was. 8 was. 8 was. 8 was. 8 was. 8. Plus. 1. Bannst du mir sogar. Weil... 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 Wölze mit Wölze... Mit ihm. Ja. Du bist in 12. Ja. Genau. Ja. Du bist in 12. Ja. Genau. Sein ist so spannend. Hier gebe ich dir vielleicht wieder Fight Love mit Belakor. Ja. Ja. Aber ist egal. Ja. Also ich... Dann kann ich auch hier am Banner machen. Ja. Ähm... Diese ist tot. Ja. Ich kontrolliere nicht dieses Objektiv. Ja. Ja. Und die gehen wahrscheinlich auf ihn. Ja. Und da mache ich im letzten noch mal Psychic. Ja. Muss ich... Ja. 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 Ja Ja. 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 Ja ich für 9. Du kommst bei Promethean Creed auf 12 ungefähr, haben wir gesagt. 12 bis 14. Racer Banners für 4 dann nur. Und World Betrall gar nicht. Die Dämonen machen einfach unheimlich Druck. Ja, Dämonen sind suck. Die Dämonen hatten 300 Buche und AP ist egal für Dämonen. Ja, AP ist egal, das stimmt. Und Wernstuch hat viele gute Waffen mit Space Marines, hat viele AP. Das ist auf deinem Strack, aber du hast keine, dass nicht mit deinen AP ja genau. Dann ist das Problem. Ich glaube, dass ja meine Terminatoren. Ja. Erste Runde ist tot. Das war. Ja, das fight last. Ja, das fight last. Das fight last von Belacore, was er gegeben hat. Aber ich glaube, das hat das Problem jetzt mit Mariens. Du hast viele Gegner, das hat viele Attacken, viele gut schaden. Ja. Also, was bei den Dämonen halt unglaublich gut funktioniert bei der Liste, die ich jetzt hatte. Ja. Ich hatte genug Truppen, um Sekundärziele zu spielen. Ja. Das heißt, zweimal Bloodletter, zweimal Dämonetten. Bloodletter haben mit Damage 2 und zwar weniger Attacken als Dämonetten, aber das heißt, ich habe entweder Volume of Attacks, also Anzahl an Attacken oder halt ein bisschen weniger und dafür 2 Damage. Die Bloodcrusher sind unheimlich schnell. Die haben mir hier auf der Flanke auch richtig geholfen. Das in 6 Zoll in Warp Locus reinschocken war auch richtig gut. Die Nurglinge haben einfach nur das ganze Spiel in der Mitte gestanden und Reality Rebels für mich gescoot. Das ist sehr gut. 65 Punkte für 5 Siegpunkte am Ende. Ja. Und haben noch mal einen Charakter gescreent und den hatte ich wirklich nur dabei für, ja, Warp Ritual oder halt alternativ, wenn ich das, oder Psykik. Und wenn ich das nicht spiele, kann ich die Psykraft nehmen, dass ich unbenutzte Warp Punkte mitnehmen kann. Ist auch gut. Und ja, und die beiden sind halt unfassbar schwer zu töten. Ja. Ich glaube, die Große, ich mag deine Große. Velako ist Stark. Ja. Aber ich glaube auch Stark sind die Bloodcrusher. Ja. Ja. Dadurch ist ja nur das A8 Wunden Cap, da muss man wirklich... Ich glaube, Velako, das ist das Problem, dass sich habe Neid. Wenn einer hat eine, das kann Neid machen tot, dann du hast das Problem mit äh, große Dämonen auch. Ja, denke ich auch. Zum Beispiel gegen Tau. Ja. Puh. Ja, ich weiß. Ja. Aber so alles an und für sich, ähm, ja, die Liste hat gut geklappt. Ja. Es ist unheimlich viel Druck. Auch die Siegflamer hier waren gut, ne? Ja. Ähm, die habe ich jetzt gerade nicht gebraucht, aber sonst können die halt auch, wenn sie die Advancen einfach redeployen. Ja. Und dann kann ich meinen Reality Rebels vielleicht noch besser ausspielen. Ja, ja. Ja. Und der hier steht halt einfach hinten und schießt ein bisschen, ne? Ja, ist alles gut. Ja. Also ich bin total zufrieden mit der Liste. Ja. Und würde die auch so weiterspielen. Ja. Salamander haben Probleme an Kommandopunkten, ne? Ja. Äh, ich habe viele gute Strada Jump, aber ich habe nicht zu viel Strada Jump. Äh, CP, ja. CP zum Benutzen, zum, äh, zum Strada Jump benutzen, ja. 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 Das ist das Problem, glaube ich, für alle Damarinds. Spacemarinds, ja. Ja, nur das. Die Laddensee sind gut, weil sie haben viele, viele bewölkt. Mit, äh, Jumper Unix und Sangunera Gat mit 2 plus Save und Downmorph Contempt. Ja, und minus 1 zu Hit im Nahkampf. Ja, und minus 1 zu Hit im Nahkampf. Sehr stark. Und wie viel, die haben auch das, was du hast. Die haben viele gute Attacken. Ja. Und viele gute Profile. Ja, und hier auch. Entweder habe ich mega viele Attacken bei dem kleinen Zeug. Ja. Oder ich habe halt Belakor und den anderen mit D3 plus 3 Damage über 10 Stärke und dann gehst du da halt einfach mal durch. Ja. Und Belakor wird wirklich nur schlechter. Der kriegt weniger Attacken und geht auf Stärke 6 runter. Also hat er mit seiner Waffe immer noch Stärke 10. Ja. Ähm. Ja, also total gut. Ja. Wollen nicht drüber reden. Ja, interessantes Spiel. Ist das zweite Spiel heute. Das erste haben wir gespielt. Das war das dann. Das war Black Templar gegen K.S. Das gibt's auf Englisch. Und, ja, wir hoffen, dass das Data Slate jetzt noch nicht raus war bei diesem Report. Ansonsten, ja, beim nächsten Mal dann mit Data Slate. In diesem Sinne, danke Christus. Vielen Dank. War trotzdem ein interessantes Spiel. Ja, sehr interessant. Und, ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.